Kennen Sie den definierten Drehmoment? Bei Ihrem PKW würden Sie nach dem Reifenwechsel nie losfahren, wenn Sie nicht genau wissen, dass Ihre Räder richtig befestigt sind. Leichtes und beschädigungsfreies Lösen und Festziehen von Flügelmuttern mit Ratsche oder Drehmomentschlüssel sind ein gutes Argument für den Einsatz unseres Werkzeuges. Das ist Andreas in seinem Jaguar E-Type. Hier stimmt doch was nicht. Sein rechter Hinterreifen scheint ein Problem zu haben. Um den Reifen zu wechseln, muss er die Flügelmutter lösen. Dafür nimmt er wie gewohnt den Hammer aus dem Kofferraum. Zum Glück kommt Michael von der Firma Oldtimer Tools. Sie kennen sich, denn Sie haben sich schon auf vielen Fachmessen gesehen. Michael ist glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt hier. Das geht nicht jedes Mal. Mit dem richtigen Werkzeug im Kofferraum ließe sich das Problem mit den Reifen schnell und unkompliziert beheben. Mit der Ratsche und der Verlängerung ist ein Lösen der Zentralverschlussmutter ohne viel Kraftaufwand relativ einfach. Hochwertige und hochfeste Materialien wurden verarbeitet. Made in Germany natürlich. Auch auf eine Gewichtsreduktion ist sehr viel Wert gelegt worden. Beste Qualität. Standardmäßig. Die Handhabung ist sehr einfach. Gleiches ist für den Verschluss möglich. Hier kann mit dem Drehmomentschlüssel das für die Fahrsicherheit richtige Drehmoment eingestellt werden. Wie könnte man das sonst? Das ist für die Nutzung der Werkzeuge, für die Einhaltung des definierten Drehmomentes, für den Erhalt des Wertes, die Schönheit der Fahrzeuge und natürlich für die Sicherheit ein wichtiges Argument. Und den Hammer braucht kein Mensch mehr. Oldtimer Tools. Future meets Tradition. www.oldtimertools.de www.oldtimertools.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017